Ich bin Gunnar Gölzenleuchter, ich arbeite als stellvertretende Leitung auf der operativen Intensivstation im Klinikum Darmstadt. Als Vater und Sportler ist es ziemlich wichtig, seine Energie und Ausdauer gut einzuteilen. Von diesen Fähigkeiten profitiere ich auch im Beruf. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Krankenpfleger. Auf der Arbeit und im Sport komme ich mit Ausdauer und Energie auch gut voran.